Wir fahren fort mit der Übung des Gegenwärtigseins, des interessierten, sorgfältigen und sanften Gewahrseins, der Erfahrung dieses Moments, mit der Übung des Gewahrseins, des Atems, als Ausgangspunkt, als Grundlage, auf die wir immer wieder zurückkehren können. Wenn unser Gewahrsein beim Atem ist, wenn wir Kontakt aufnehmen zu Beginn des Einatmens, mit der klaren Erkenntnis, dass die Erfahrung hier beginnt, können dabei bleiben während dem Einatmen und versuchen dabei zu bleiben bis zum Ende des Einatmens. Damit wir klar das Ende dieser Erfahrung auch mitkriegen. Kontakt aufnehmen mit dem Beginn des Ausatmens, klar erkennen, dass die Erfahrung des Ausatmens beginnt und versuchen dabei zu bleiben bis zum Ende des Ausatmens. Ohne dass wir darüber zu kommentieren brauchen oder darüber nachzudenken brauchen, wird klarer und sichtbarer, dass jede Erfahrung ein Anfang und ein Ende hat. Die Dinge sind nicht einfach da oder nicht da, sondern die Dinge beginnen, wandeln sich und enden. Die Erfahrungen beginnen, wandeln sich und enden. Empfindungen, Gefühle, Gedanken. Hören, Momente des Sehens, des Geruchs, des Geschmacks. Entstehen, wandeln sich und vergehen. Wenn am Ende des Ausatmens eine Pause da ist, bevor der nächste Einatmungszug wieder beginnt, versuchen wir wirklich gegenwärtig zu bleiben. Das ist in dieser Pause, die oft da ist, der wird uns sehr leicht den Gedanken verlieren können. Wenn wir sehen, dass wir uns oft verlieren an diesem Punkt, mag es hilfreich sein, einen anderen Punkt des Gewahrseins mit einzuschließen, zum Beispiel am Ende des Ausatmens. Eine Stelle, eine Druckstelle, die entsteht durch die Berührung der Hände und sich die Hände gegenseitig berühren oder Berührung der einen oder der anderen Hand auf dem Bein, zum Beispiel die Berührung der rechten Hand auf dem rechten Bein. Wenn wir den Atem jetzt immer bei den Nasenlöchern beobachtet haben, können wir die Berührung der Lippen mit einschließen, so dass wir die Erfahrung des Einatmens, die Erfahrung des Ausatmens und den Berührungspunkt als Objekte des Gewahrseins haben, so dass mehr Kontinuität der Achtsamkeit des Gewahrseins uns länger hier behält. Einatmen, ausatmen, Berührung, Berührung, einatmen, ausatmen, Berührung, Berührung. Dabei ist der Berührungspunkt nur sinnvoll und nötig, wenn da tatsächlich eine Pause ist, wenn es einen Moment dauert, bis es von selber wieder einatmet. Wenn nur ein kurzer Moment da ist oder das gleich wieder einatmet von selber, ist das genügt da, es brauchen wir keinen Druckpunkt dazwischen. Wenn andere Körperempfindungen vordergründig werden und die Aufmerksamkeit bereits vom Atem abgelenkt haben, geht es nicht darum, die zu verdrängen und uns zurückzuzwingen zum Atem, weil wir durch andere Empfindungen gestört wurden, sondern es geht darum, dort dabei zu sein. Der Moment, wo die Aufmerksamkeit dorthin gerufen wird, ist der Beginn dieser Erfahrung. Auch diese Erfahrung hat einen Beginn, dauert und endet. Vielleicht sind es eine Anzahl kurzer Momente des Empfindens, die entstehen und vergehen und neu entstehen, ein bisschen anders und vergehen und nochmal, vielleicht intensiver neu entstehen und vergehen. Es ist ein von Moment zu Moment entstehen und vergehen. Wenn diese Empfindungen verklungen sind, nehmen wir klar das Ende wahr und dann kehren wir zurück zum Atem. Wenn wir finden, dass es zu schwierig ist oder genug ist mit der Achtsamkeit dieser Erfahrung und entscheiden, zurückzukommen zum Atem, nehmen wir auch da wahr, machen wir uns auch da klar, dass jetzt das Ende dieser bewussten Erfahrung der Körperempfindung ist und Erfahrung des Atems wieder neu beginnt. hören, hören, Geräusche, Lärm, Stimme, Klang. Wenn Hören stark wird und die Aufmerksamkeit dort dabei ist, machen wir uns klar, jetzt beginnt die Erfahrung des Hörens. Auch diese Erfahrung dauert, wandelt sich, besteht vielleicht aus vielen kleinen Momenterfahrungen des Hörens, die einen Anfang, ein Ende haben. Wenn sie ausklingt, ist uns klar, dass das Ende des Hörens, des bewussten Hörens jetzt stattfindet und wir zurückkehren zum Atem und wieder die Erfahrung des Atems beginnt. Wenn Gefühle, Emotionen entstehen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist uns klar, dass jetzt Freude oder Ärger, Verwirrtheit oder Klarheit beginnt. Wir nehmen wahr, wie sich das wandelt und sind uns dessen bewusst, wenn es ausklingt, wenn es verschwindet, wenn es endet. Auch Gefühle, Emotionen haben Anfänge und Enden. Sehr oft sind sie nicht klar definierte Anfänge, vor allem nicht klar definierte Enden. Trotzdem beginnen sie, dauern, wandeln sich und enden. Gedanken, Bilder, Vorstellungen erscheinen, laufen ab, wandeln sich und enden. auch da entstehen, sich verändern, vergehen. Wo immer wir hinschauen, wo immer wir hinfühlen, was immer die Erfahrung ist, deren wir gewahrt sind, mit denen wir in Kontakt sind, sie entsteht, wandelt sich, vergehen. Gewahrsein selber entsteht, verändert sich und vergeht. Gefühle des Beobachterseins, Kommentare über das, was passiert oder was mir jetzt geschieht, sind auch Empfindungen, Gefühle und Gedanken, die manchmal da sind und manchmal nicht, die entstehen, sich wandeln und vergehen. Je näher wir in Kontakt sind mit diesem dynamischen Geschehen, je mehr uns direkt, unmittelbar, spürbar, klar wird, dass das, was wir Ich und das Leben nennen, dynamischer, sich ständig wandelnder Prozess ist, in dem Maß wird uns klar, dass Festhalten, dass Dinge fixieren wollen, Leiden schaffen muss, wird uns klar, dass die Dinge ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen, nicht unseren Wünschen. Wir üben gegenwärtig sein und Gewahrsein mit dem Augenmerk auf den Wechsel, auf das Kommen und Gehen, Egal, was die Erfahrung auch sein mag, Erkenntnis, die wir suchen, ist Erkenntnis der vergänglichen, sich wandelnden Natur einer jeden Erfahrung. Wir üben, wie es der Buddha sagt, Achtsamkeit, soweit es der Erkenntnis dient, Gewahrsein, soweit es der Erkenntnis dient, und zwar der Erkenntnis der ständig sich wandelnden Natur jeder Erfahrung, der Erkenntnis der sich ständig wandelnden Natur aller Dinge und der Erkenntnis, dass die Dinge und Erfahrungen ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit folgen und nicht unseren Erwartungen und Wünschen. in dem Maß, wie wir das direkt erfahren und erleben, in dem Maß wird unser Geist, unser Herz das Verstehen davon überzeugt, dass Freiheit darin liegt, in Übereinstimmung zu sein mit der Natur der Dinge, in Einklang zu sein mit der Gesetzmäßigkeit des Lebens.